Wie bereits im letzten Video angesprochen, geht es in diesem Video um den Kampfpanzer der Zukunft. Dazu gucken wir uns zunächst die neuen Kampfpanzermodelle an, die auf der Eurosaturi 2024 vorgestellt wurden und leiten daraus Ableitungen für die Zukunft der Kampfpanzer ab. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wenn ihr in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik immer auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner Videos mehr verpasst. Legen wir los! Das erste Kampfpanzermodell, welches wir uns angucken, ist der Leopard 2 ARC 3.0. Dabei handelt es sich um einen Kampfpanzer, der auf einer Leopard 2 Wanne basiert, jedoch einen neuen, unbemannten Turm hat. Bedeutet, die Besatzung ist vollständig in der Panzerwanne untergebracht und besteht, im Gegensatz zur aktuellen Nutzung befindlichen Leopard 2 Versionen, auch nur aus drei statt vier Soldaten. Der Leopard 2 ARC 3.0 kommt also mit Kommandant, Richtschütze und Fahrer aus und benötigt keinen Ladeschützen mehr, da dieser durch einen Autolader ersetzt wird. Für einen Autolader hat man sich deshalb entschieden, da der neue Leopard in der Lage sein soll, eine 130 mm oder sogar eine 140 mm Glattrohrkanone zu verwenden. Auf der Eurosatory wurde er zwar mit einer 120 mm Glattrohrkanone vorgestellt, diese ist jedoch austauschbar beispielsweise mit dem 130 mm Future Gun System von Rheinmetall oder der 140 mm Ascalon Kanone von K&S France. Und da die 130 und 140 mm Granaten einfach zu schwer für einen menschlichen Nadeschützen sind, ist bei diesen Kalibern ein Autolader zwingend. Neben dieser Hauptbewaffnung verfügt der Leopard 2 ARC 3.0 noch über eine fernbedienbare Waffenstation mit einer 30 mm Maschinenkanone, die unter anderem zur Drohnenabwehr in der Lage sein soll und über einen Werfer für Panzerabwehr-Lenkwaffen. Im Bereich Schutz verfügt der Leopard über ein aktives Schutzsystem und verschiedene Detektionssysteme, beispielsweise Laserwarner, optische Erkennungssysteme und Systeme zur Aufklärung von Drohnen. Allerdings dürfte der ballistische Schutz zumindest des Turmes geringer ausfallen als beispielsweise beim Leopard 2 ARC 8, da das Gewicht des Kampfpanzers mit weniger als 60 Tonnen angegeben wird. Zum Vergleich, der Leopard 2 ARC wiegt rund 70 Tonnen. Diese Gewichtsreduktion ist wie gesagt vor allem auf den unbemannten Turm zurückzuführen, da dieser nicht nur kleiner ist als ein bemanter Turm, sondern auch weniger stark gepanzert sein dürfte, da sich keine zu schützende Besatzung mehr im Turm befindet. Im Bereich Mobilität wird weiterhin auf den 1500 PS starken Dieselmotor des Leopard 2 gesetzt, der in der Lage sein soll, den Kampfpanzer auf bis zu 65 kmh zu beschleunigen. Die Fahrreichweite wird mit 460 Kilometern angegeben. Laut KNDS Deutschland können alle derzeit im Einsatz befindlichen Leopard 2 Varianten auf den Ausrüstungsstand des Leopard 2 ARC 3.0 aufgerüstet werden. Und das ist wahrscheinlich auch der interessanteste Punkt bei diesem neuen Kampfpanzermodell. Denn das Heer verfügt aktuell noch über rund 85 Leopard 2 A5 und A6, für die bisher keine Modernisierung beauftragt wurde. Planungen diesbezüglich laufendem Heer unter dem vorläufigen Arbeitsbegriff Leopard 2 AX. Es wäre also durchaus denkbar, dass der Leopard 2 ARC 3.0 tatsächlich in die Bundeswehr als Brückenlösung eingeführt wird. Sobald es dazu Neues gibt, halte ich euch auf dem Laufenden. Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz auf Holy aufmerksam machen. Einem jungen Startup aus Berlin, welches gesündere Alternativen zu Soft- und Energydrinks anbietet. Vor allem eine Eigenschaft von Holy hat mich persönlich abgeholt. Die unfassbar geringen Kalorien in Verbindung mit dem wirklich sehr leckeren Geschmack. Ich denke mal, jeder von euch weiß, dass reguläre Soft- und Energydrinks jetzt nicht sonderlich gesund sind. Daher habe ich schon vor 2-3 Jahren aufgehört, Softdrinks für zu Hause zu kaufen und stattdessen auf Wasser umgestellt. Da einfaches Wasser allerdings nicht sonderlich geschmacksvoll ist, habe ich mich immer wieder dabei erwischt, dass ich viel zu wenig trinke. Und hier kommt für mich persönlich Holy ins Spiel. Denn dank des leckeren Geschmacks trinke ich ohne Probleme meine 2-3 Liter pro Tag und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn meine Lieblingssorte, der Eistee Pfirsich mit schwarzem Tee, hat pro 500 Milliliter nur 16 Kalorien. Das macht dann bei 3 Litern gerade mal 96 Kalorien. Zum Vergleich würde ich stattdessen regulären Eistee trinken, würde ich ca. 800 Kalorien bei der Menge zu mir nehmen. Also eine klare Empfehlung an alle, die sich gesünder ernähren wollen. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, empfehle ich euch eines der Starter-Sets. Damit könnt ihr euch ganz entspannt durch die verschiedenen Sorten testen und wenn euch dann eine zusagt, diese im Anschluss regulär bestellen. Mit dem Code Clemens5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und falls ihr ja schon Kunde seid, erhaltet ihr mit dem Code Clemens 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Probiert es gerne mal aus. Die Drinks sind wirklich lecker und gesünder als reguläre Soft- und Energydrinks. Und nebenbei unterstützt ihr auch noch diesen Kanal. Und damit zurück zum Video. Weiter geht's mit dem Leclerc Evolution. Dabei handelt es sich um einen Kampfpanzer, der auf einer Leclerc-Wanne basiert und mit dem bemannten EMBT-Turm ausgerüstet ist. Der Leclerc Evolution ist von den vier neuen Kampfpanzermodellen der einzige, der über einen bemannten Turm und eine vierköpfige Besatzung verfügt. Das ist besonders interessant, da bereits der Basis-Leclerc nur über eine Dreimann-Besatzung verfügt, also schon ohne Ladeschützen auskommt, da ein Autolader verbaut ist. Folglich dient das vierte Besatzungsmitglied des Leclerc Evolution auch nicht als Ladeschütze, sondern als Bediener für die fernbedienbare Waffenstation und Loitering Munitions. Aber der Reihe nach. Die Hauptbewaffnung besteht aktuell aus einer 120 mm Ascolon-Kanone, die jedoch durch die 140 mm Ascolon-Glattrohrkanone ersetzt werden kann. Egal welches Kaliber verwendet wird, die Munitionsführung erfolgt mittels Ladeautomat und der Munitionsvorrat beträgt 22 Patronen. Als Sekundärbewaffnung dient eine fernbedienbare Waffenstation vom Typ ARX-30 mit einer 30 mm Maschinenkanone, die ebenfalls zur Drohnenabwehr befähigt ist. Darüber hinaus ist im Turm noch ein Dreifachstarter für Loitering Munitions verbaut. Im Bereich Schutz verfügt der Leclerc Evolution über einen modularen ballistischen Schutz, ein abstandsaktives Schutzsystem und ein Schnellnebelsystem. Aufgrund des bemannten Turms ist das Gefechtsgewicht mit 62 Tonnen rund 5 Tonnen höher als beim Leclerc XLR. Angetrieben wird der neue Kampfpanzer von einem 1500 PS starken Motor, der den Leclerc Evolution auf bis zu 68 kmh beschleunigen können soll. Die Reichweite wird mit 470 km angegeben. Den Leclerc Evolution kann man meiner Meinung nach genauso wie den Leopard 2 ARC 3.0 als Brückenlösung zum Mainbound Combat System verstehen. Allerdings dürfte eine Einführung des Leclerc Evolution durch die französischen Streitkräfte unwahrscheinlich sein, da diese aktuell bereits ihre gesamte Kampfpanzerflotte auf den Leclerc XLR-Stand modernisieren. Mögliche Abnehmer wären demnach nur die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien, die ihre Leclerc Kampfpanzer demnächst modernisieren oder ersetzen müssten. Kommen wir zum dritten neuen Kampfpanzermodell, welches auf der Eurosaturi 2024 vorgestellt wurde, dem Panther Kf 51U. Das U steht dabei für unbemannter Turm. Genauso wie der Leopard 2 ARC 3.0 und der IMBT ADT 140, zu dem wir gleich noch kommen, verfügt auch die neue Version des Panthers nur über drei Besatzionsmitglieder. Ebenfalls alle in der Panzerwanne untergebracht. Die Hauptbewaffnung besteht aus der 130 mm L-51 Kanone, die laut Rheinmetall über 50% mehr Leistung als die 120 mm Glattrohrkanone verfügt. Die Munitionszuführung erfolgt über einen Autolader aus zwei Magazinen am Turmheck. Der Munitionsvorrat besteht aus 25 Patronen. Koaxial ist ein schweres Maschinengewehr im Kaliber 12,7 mm verbaut. Als Sekundärbewaffnung verfügt der Kf 51U über eine Main Sensor Slaved Armament Waffenstation, kurz MSSA, die unter anderem mit einem RMG 762 Maschinengewehr ausgestattet ist. Aufgrund der hohen Feuerkraft eignet sich das RMG 762 auch zur Bekämpfung von Drohnen. Darüber hinaus ist in der MSSA auch noch eine Nebelmittelwurfanlage integriert, sowie eine der beiden SEOS 400 Optiken. Dabei handelt es sich um eine Tag- und Nachtsichtfähige Optik mit Laserentfernungsmesser. Bedient wird die MSSA Waffenstation vom Kommandanten. Neben dem Kommandanten ist auch der Richtschütze mit der SEOS 400 Optik ausgestattet. Da Kommandant und Richtschütze unabhängig voneinander beobachten und Ziele sowohl zuweisen als auch bekämpfen können, verfügt der besatzungslose Turm sowohl über eine Hunter-Killer- als auch über eine Killer-Killer-Fähigkeit. Ein Situational Awareness System und eigene Aufklärungsdrohnen steigern die Aufklärungsfähigkeiten des neuen Kampfpanzers nochmals. Im Bereich des Schutzes verfügt der Kf 51U über ein aktives Hard-Kill-Schutzsystem, ein Soft-Kill-Schutzsystem, wie beispielsweise das Multifunctional Self-Protection System von Hensoldt und über das Schnell-Nebel-System Rosy von Rheinmetall. Das Gewicht des Kf 51U wird mit 50 bis 60 Tonnen angegeben, also ebenfalls deutlich leichter als beispielsweise der Leopard 2A8. Laut Rheinmetall besitzt das System aktuell ein Technology Readiness Level von 5, ist also noch relativ am Anfang seiner Entwicklung. Es handelt sich also um einen Prototypen, der noch weit von der Serienreife entfernt ist. Und sehr wahrscheinlich wird der Panther Kf 51U, so wie er auf der Eurosaturi 2024 vorgestellt wurde, nie gebaut. Ich persönlich verstehe das Panther-Konzept von Rheinmetall eher als einen Gegenentwurf zum MGCS, welches hauptsächlich durch KNDS entwickelt wird. Zumindest solange das Vorheimen Mangran Combat System weiterläuft, dürfte eine Beschaffung des Kf 51U durch die Bundeswehr so gut wie ausgeschlossen sein. Das vierte neue Kampfpanzermodell, welches auf der Eurosaturi 2024 vorgestellt wurde, ist der EMBT ADT 140 von KNDS France. Auch dieses Kampfpanzermodell verfügt über einen unbemannten Turm und eine dreiköpfige Besatzung. Als Hauptbewaffnung dient die 140 mm Ascalon Glattrohrkanone von KNDS France mit 48 Kaliberlängen. Die Munitionszuführung erfolgt mittels Autolader und der Munitionsvorrat beträgt 22 Patronen. Laut KNDS ist auch eine 120 mm oder eine 130 mm Kanone in den EMBT ADT 140 integrierbar. Koaktial ist eine 20 mm Maschinenkanone verbaut, die über einen Munitionsvorrat von 300 Patronen verfügt. Als sekundäre Bewaffnung dient eine fernbedienbare Waffenstation mit einer 30 mm Maschinenkanone und einem 7,62 mm Maschinengewehr. Auch diese fernbedienbare Waffenstation soll zur Drohnenabwehr befähigt sein. Für die 30 mm Maschinenkanone werden 150 Patronen und für das 7,62 mm Maschinengewehr 200 Patronen mitgeführt. Im Bereich Schutz verfügt der EMBT ADT 140 über einen modularen Panzerschutz, einen integrierten Schutz vor Top-Attacks, also Angriffen von oben und einem aktiven Schutzsystem. Das aktive Schutzsystem verfügt über insgesamt sechs Radareinheiten, die auch in der Lage sein sollen, Drohnen zu erkennen. Darüber hinaus verfügt der EMBT ADT 140 noch über vier Laser- und Raketenwarnsensoren, einen akustischen Schussdetektor und ein 360 Grad Situational Awareness System. Genauso wie beim Panther KF51U handelt es sich auch beim EMBT ADT 140 um einen Prototypen, der noch weit von der Serienreife entfernt ist. Und sehr wahrscheinlich wird auch der EMBT ADT 140, so wie er auf der Eurosaturi 2024 vorgestellt wurde, nie gebaut werden. Vielmehr handelt es sich bei diesem Kampfpanzermodell um ein Konzept von KNDS für das Main Ground Combat System, eher gesagt für die bemannte Plattform mit Bordkanonen und Ladeautomaten. Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich noch einen Blick nach Fernost wagen und kurz auf das Next Generation Main Battle Tank Konzept aus Südkorea eingehen. Auch wenn dieses Kampfpanzerkonzept nicht erstmals auf der Eurosaturi 2024 vorgestellt wurde, halte ich es dennoch für sinnvoll, sich nicht nur die Trends in der europäischen Panzerentwicklung anzugucken, sondern auch zu schauen, was andere Player so treiben. Und da Südkorea in letzter Zeit massiv an Bedeutung im Rüstungsbereich gewonnen hat, dachte ich, dass das eine interessante Ergänzung sein könnte. Auch der Next Generation Main Battle Tank verfügt über einen unbemannten Turm und eine dreiköpfige Besatzung. Zukünftig ist sogar die Reduktion der Besatzung auf nur zwei Besatzungsmitglieder geplant. Die Bewaffnung besteht aus einer 130 mm Glattrohrkanone mit einer maximalen Kampfentfernung von bis zu 5 km. Als Sekundärbewaffnung dient eine fernbedienbare Waffenstation, die wahlweise mit einem 12,7 mm Maschinengewehr oder sogar einer 30 mm Maschinenkanone ausgerüstet werden kann und einen Werfer für Panzerabwehr-Lenkflugkörper mit einer Kampfentfernung von bis zu 8 km. Im Bereich des Schutzes verfügt der Next Generation Main Battle Tank über einen modularen ballistischen Schutz, einen Minenschutz Stannak 4569 Level 4a oder 4b, ein aktives Schutzsystem, ein Directional Infrared Countermeasure System und einen Jammer gegen Drohnen. Darüber hinaus soll der neue Kampfpanzer über eine reduzierte Radar- und Infrarotsignatur verfügen, um vom Gegner schwerer aufgeklärt zu werden. Das Gewicht soll gerade einmal 55 Tonnen betragen, was die Nutzung von Gummiketten erlauben soll. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 70 kmh angegeben und die Reichweite mit 500 km. Bei allen vorgestellten Kampfpanzermodellen handelt es sich aktuell noch um Prototypen, die mindestens 4-6 Jahre benötigen würden, um fertig entwickelt zu werden. Dennoch geben sie interessante Einblicke, wo die Reise in der Panzerentwicklung hingeht. Ich denke, sechs Trends sind deutlich zu erkennen. 1. Kanonen werden größer. Alle vorgestellten Kampfpanzer verfügen entweder über eine 130- oder 140mm-Kanone oder haben zumindest die Fähigkeit, solch eine zu verwenden. Die größeren Kaliber sind notwendig, um auch modernste Panzerungen durchschlagen zu können und das vor allem auf größeren Distanzen von rund 5 km. Ob nun die 130- oder die 140mm-Kanone der neue Standard wird, hängt vor allem von der Auswahl der Hauptbewaffnung für das Mainground Combat System ab. Mit einem größeren Kaliber gehen allerdings noch zwei weitere Punkte einher. 1. Wird der Munitionsvorrat kleiner sein als bisher. Während der aktuelle Leopard 2 42 Geschosse mitführt, werden zukünftige Kampfpanzer wohl nur noch rund 25 Patronen mitführen. Bedeutet, die Schüsse müssen sitzen und mehr Wirkung entfalten, um auch schwer gepanzerte Ziele mit einem Treffer zu vernichten. 2. Wird die Munitionszuführung aufgrund des größeren Kalibers zukünftig mittels Autolader erfolgen, da die Geschosse einfach zu schwer für einen menschlichen Ladeschützen sind. Bedeutet, der Ladeschütze wird in zukünftigen Kampfpanzern wegfallen, wodurch die Panzerbesatzungen nur noch aus drei statt vier Soldaten bestehen werden. Ein Panzer, der mit nur drei Besatzungsmitgliedern auskommt, spart zwar auf der einen Seite Personal, was insbesondere mit Blick auf die Personalprobleme westlicher Streitkräfte ein Vorteil ist, auf der anderen Seite fehlt der vierte Mann bei gewissen Aufgaben aber auch, beispielsweise bei Wartungsarbeiten. Und es führt zwangsläufig auch zu strukturellen Veränderungen der Panzerbataillone, was eine weitere Hürde darstellt. Dass Kampfpanzer zukünftig nur über drei Besatzungsmitglieder verfügen, dürfte jedoch dennoch so gut wie gesetzt sein. Und das ist meiner Meinung nach der zweite Trend in der Panzerentwicklung. 3. Unbemannte Türme Vier der fünf gerade vorgestellten Kampfpanzer verfügen über einen unbemannten Turm. Und durch den Einsatz eines Autoladers ist es auch nicht mehr notwendig, einen bemannten Turm zu nutzen. Wobei man sagen muss, dass unbemannte Türme sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringen. Zu den Nachteilen gehört vor allem das schlechtere Lagebewusstsein und dass die Besatzung keinen direkten Zugang zur Hauptwaffe mehr hat. Zu den Vorteilen gehört der bessere Schutz für die Besatzung, da diese vollständig in einer gut geschützten Wanne untergebracht werden kann und das geringere Gewicht eines unbemannten Turmens. Denn ein unbemannten Turm ist nicht nur kleiner, da keine Soldaten mehr darin Platz finden müssen, sondern kann auch etwas schwächer gepanzert werden. Beides spart ordentlich Gewicht ein. Und damit kommen wir auch schon zum vierten Trend. Und zwar ist der Trend zur Gewichtszunahme gestoppt und geht sogar in die andere Richtung. Abgesehen vom Leclerc Evolution sollen alle anderen neuen Kampfpanzer nicht mehr als 60 Tonnen wiegen. Das sind rund 10 Tonnen weniger als der Leopard 2A8. Das in Entwicklung befindliche Mainground Combat System soll sogar maximal nur 50 Tonnen wiegen. Das hat natürlich Vorteile im Bereich der Mobilität. Allerdings dürfte folglich auch der passive Panzerschutz etwas schwächer ausfallen als bisher. Das versucht man dann wiederum mit aktiven Schutzsystemen, Reaktivpanzerung und so weiter wettzumachen. Und damit kommen wir auch schon zum fünften Trend, aktive Schutzsysteme. Alle vorgestellten Kampfpanzer verfügen über solche Systeme. Und wie gesagt, wird es auch nötig sein, um die geforderten geringeren Gewichte zu realisieren, ohne die Besatzung einer zu großen Gefahr auszusetzen. Zu guter Letzt der sechste Trend, fernbedienbare Waffenstationen mit 30 mm Maschinenkanone. Abgesehen vom Kf-51U verfügen alle vorgestellten Kampfpanzermodelle zumindest über die Möglichkeit, eine fernbedienbare Waffenstation mit 30 mm Maschinenkanone zu verwenden. Die 30 mm Maschinenkanone als Sekundärbewaffnung wird sich aus zwei Gründen durchsetzen. Zum einen ist das Kaliber ideal dafür geeignet, der Bedrohung durch Drohnen zu begegnen. Zum anderen hat die Besatzung mit einer 30 mm Maschinenkanone eine weitere Möglichkeit, leicht gepanzerte Ziele und Infanterie zu bekämpfen, ohne gleich die Bordkanone verwenden zu müssen. Was insbesondere aufgrund des geringeren Munitionsvorrats für die Bordkanone ein großer Vorteil ist. Das war's auch schon zum Kampfpanzer der Zukunft. Bei Interesse probiert gerne mal die Drinks von Holy aus. Die sind wirklich super lecker und gleichzeitig wesentlich gesünder als all die anderen Soft- und Energy-Drinks, die es sonst so zu kaufen gibt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und mit dem Code CLEMENS5 erhaltet ihr noch 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig immer auf den neuesten Stand in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik seid. Und an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an Moritz, der dieses Video sicherlich wieder wunderbar zusammenschneiden wird. Und an euch ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und an euch ein herzliches Dankeschön für's Zuschauen.